Guten Abend, liebe Gäste zur Vorführung von Veridiana von Louis Buñuel aus dem Jahr 1960. Ein Film von Buñuel musste in meiner Auswahl ganz einfach sein, weil ich diesen Regisseur über allemaßen verehre. Viele seiner Arbeiten gehören zu meinen absoluten Favoriten. Fiel mir auch gar nicht so leicht, einen Film jetzt da besonders hervorzuheben. Buñuel, der ja eigentlich aus dem Expressionismus kommt, hat insbesondere in seinen späteren Lebensjahren eine ganze Reihe von Filmen geschaffen, die sich sehr kritisch mit der bürgerlichen Lebensweise auseinandersetzen, mit Religion auseinandersetzen. Er wurde dafür auch ganz viel angefeindet. Er ist trotzdem in diesen Filmen unversöhnlich, aber ganz real und erzählt sehr glaubhaft über seine Figuren. Ich selber neige ja an meinen Erzählungen und vielleicht auch in meinem Wesen so ein bisschen dazu, sehr versöhnlich zu sein, sehr freundlich. Und vielleicht ist es gerade deswegen, dass ich Buñuel so verehre, weil er mit so einer Härte auf die Welt guckt und ohne die Dinge in irgendeiner Form zu beschönigen. Das finde ich ganz besonders toll. Und in Veridiana ist das über die Maßen gut gelungen. Das werden Sie gleich sehen. Das ist natürlich eine äußerst harte Auseinandersetzung mit religiöser Doppelmoral. Sie werden auch jede Menge religiöse Anspielungen in dem Film entdecken, viele religiöse Zeichen. Das Abendmahl wird da auf eine höchst bizarre Art nachgestellt. Aber was ich ganz besonders toll finde, ist der Realismus, mit dem Buñuel erzählt, dass Nächstenliebe die Probleme der Welt nicht kitten kann. Diese Nonne, die da gemeinsam mit ihrem Cousin das Landgut ihres Onkels erbt, der sie eigentlich gerne als Frau haben möchte am Anfang des Films. Und diese Nonne versucht ja im Gegensatz zu dem praktisch veranlagten Cousin, der sich erstmal dran macht, das Gutshaus zu sanieren und auf Vordermann zu bringen, sozusagen. Die sagt ja, sie ist für christliche Nächsten, die besinniert die Armen und Beladenen, die Bettler ein und macht so eine Art Suppenküche auf. Und übersieht dabei, dass nur mit Gebeten und Brotverteilen die Menschen häufig nicht zufriedenzustellen sind. Und zu einer der größten Sequenzen in der Filmgeschichte überhaupt gehört der Moment, wo diese Gruppe von Bettlern und Krüppeln in das leerstehende Gutshaus einbringen, in dem Moment, als die Besitzer, also Viridiana und ihr Cousin, mal kurz in der Stadt sind. Was dort stattfindet, sucht seinesgleichen, finde ich. Hat Humor, hat Lebensnähe, zeigt, dass die Armen nicht nur gute Menschen sind, sondern das auch umschlagen kann in rohe Gewalt. Hochinteressant, finde ich. Scheinbar ein sehr unchristlicher Blick, aber ganz realistisch, finde ich. und reißt sozusagen einer Gesellschaft den Schleier von den Augen, die sozusagen einen verklärenden Blick auf Armut wirft und meint sozusagen durch Almosen die Probleme dieser Welt kitten zu können. So ist es eben nicht. Und das erzählt Bonoel ganz, ganz toll, finde ich. Und ich sehe diesen Film immer wieder gerne, muss ich sagen, weil er auch nach mittlerweile, ja, 50 Jahren, die er alt ist, sehr viel erzählt über den Zustand unseres Gemeinwesens. Ich wünsche Ihnen interessante anderthalb Stunden mit Bonoels Viridiana. Ich wünsche Ihnen viel Glück, als ich gute Wollt du mal, bis die obstructionsweise über die Study des Produktions. Quindi DAS Ayarchende H활ur von black corrupted Ste 234 Auf dдержammengamer после